Auch in unsere eigene Tradition, in die westlich-europäische Musiktradition schauen, dann ist es natürlich ein wesentlicher, ähnlicher Gedanke, der seit der Antike bei uns zugänglich ist, die Vorstellung, dass es sozusagen eine Spiegelung von einem Mikrokosmos und einem Makrokosmos gibt. Wenn wir jetzt zu unserer europäischen Traditionen zurückkommen, dann ist es für uns sehr wichtig, diese Idee, die Erinnerung des Makrokosmos im Mikrokosmos. Wir haben das bei Pythagoras, die Musik Humana, Musik Mundana und so weiter, wo sozusagen die gleichen Kriterien für die Erstellung der Strukturen der Welt, wie für die Komposition von Musik gelten. Wir haben oft in der Welt die Zyklen von Winter und Sommer, von Sonne und Mond, von Tag und Nacht. Genauso haben wir natürlich den Herzschlag, das Schlafen und das Wachen und so weiter. Das heißt, es ist nicht so schwierig, diese Parallelität herzustellen zwischen den kosmischen Veränderungen und den körperlichen Veränderungen in uns selbst. Und das heißt, die Vorstellung, dass die Welt identisch ist mit der Zeit, dass die Menschliche Existenz genau die Zeit ist, die wir erfahren, die wir erleben. Das heißt, wir können sagen, was wir sind, wir sind das Leben von Zeit. Und das ist das Leben, das wir переживаем. Das ist das, was wir uns vorstellen. Und ich denke, dass deswegen die Erfahrung von Zeit durch Kunst eine von den tiefsten möglichen existenziellen Erfahrungen sein kann. Und das ist, denke ich, auch etwas, was sich über die Jahrtausende nicht verändert hat. Dass in der Musik als Kunstform Zeit, als Maß der Veränderung erfahrbar ist und zwar direkt erfahrbar als in allen anderen Kunstformen. Das heißt, alle Aspekte von Musik, alle Aspekte von Klang sind eigentlich nur durch ihre Zeitlichkeit definiert und nur in ihrer speziellen Zeit wahrnehmbar. Ein bestimmtes physikalisches Phänomen, nämlich das Oszillieren von Luftmolekülen, wird von uns unterschiedlich wahrgenommen, je nachdem, in welcher Zeitlichkeit es sich befindet. Das heißt, wenn Sie eine Sequenz von Impulsen haben, die langsam ist, dann hören Sie das als rhythmische Struktur. Wenn dieses Pulsieren immer schneller wird, gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, wo Sie den Puls nicht mehr als Puls wahrnehmen, sondern als Ton höher. Wenn wir jetzt diesen Gedanken noch weiter verfolgen und zum Radikal verfolgen, sozusagen. Wenn wir radikalisch auf diesen Phänomen sehen, oder so von der Seite sehen, dass alles, was wir mit unseren Ohren als Klang akustisch wahrnehmen, eigentlich nichts anderes ist, als durch den Klang hörbar gemachte Zeit. Und das, was wir mit unseren Ohren als Klang wahrnehmen, ist das, was wir mit unseren Ohren als Klang akustisch wahrnehmen, und für mich ist es auch genau der Punkt, wo ich mit meinem Musikverständnis dann einsetze, dass für mich das musikalische Material eigentlich durch das Klingen wahrgenommene Zeit ist. Der Gegenstand von Musik ist das hörende Erlebnis von Zeit. Und das, was wir mit unseren Ohren als Klang sind, ist für mich ein grundsätzliches Material Musik. Es ist natürlich auch für mich klar, je weniger, sozusagen, andere Bedeutungen dem Klang beigemessen wird, je weniger psychologische, rhetorische und so weiter Funktionen der Klang hat, desto deutlicher ist er erfahrbar als genau das, als es war, als Zeit. Und ist es nicht so, dass, wenn wir von den schönsten und intensivsten Augenblicken sprechen, dass es dann die Momente sind, in denen wir, sozusagen, in die Zeitlichkeit eintauchen. Und wenn wir nur in diesen Moment, ohne Anwendung auf den anderen Moment sind, dann wird es so, dass es in diesem Moment stammt, dass es uns im Moment stammt. Das ist genau das die einzigartige Fähigkeit von Musik ist, uns durch die Zeit hindurch in die Zeitlosigkeit zu führen. Das ist so, dass wir uns in der Zeitlosigkeit haben, aus dem Moment stammt, aus dem Moment stammt.